Hallo meine Freunde, mein Name ist Panda, ich habe gerade gerippt, deswegen klinge ich so komisch. Das ist ein Switten und Rising Sun LP Video, wir spielen wieder Titanfall, wir sind auch schon wieder alle da wie auch davor, da wir das alles gleichzeitig aufnehmen. Und, hallo. Jo. Hallo. Und, ich bin auch schon direkt wieder tot. Kennt man ja nicht anders. Das gibt es nicht, dieser Hurensohn. Da komme ich dem schon von der Seite und ballere den voll ab. Der Tipski dreht sich um, ballert nicht einfach, dann schreit das Sturmgewehr weg. Alter, was mache ich da gerade, Alter, ich wiese ihn doch nicht mal an. Uah. Boah, schlafen wir mitten in die Kanate rein. Ach, ich wollte eigentlich so wegkicken. Habe ich auch getötet. Ja. Hat glaube ich irgendwas freigespielt. Unser Team ist gerade sowas von am verkacken, aber scheiß drauf. Unser Team ist am verkacken? Ja, wir sind blau. Warte ab, ich hole noch auf. Weg hier, weg hier. Boah, der hat den Deadbeat wieder weggekickt. Ein Titan. Nee, ich noch nicht. Ich bin einfach gerade übelst schlecht. Fick die Hände. Nein, nein, Titan ist schon da einer. Ach so. Nee, da sind zwei Titans zum gegnerischen Team. Merke ich gerade, ich bin gerade wieder bei einem. Boah. Oh, toll. Ich konnte vorbeilaufen. Ich werde bei uns her gelaufen. Mixer, du kriegst gerade eine voll kassiert. Oh, fuck. What the fuck. Boah, ist mir gerade ein bisschen heilen hier. Ich habe den Seiten zerstört. Ja, sauber. Ich kann jetzt meinen auch rufen. Ich habe ihn gerade gerufen. Ich war gerade irgendwie so ein Unsichtbarer, aber das ist irgendwie verschwunden. Wow. Hm, oder so. Boah, ich muss mich gerade voll konzentrieren. Hab den Unsichtbaren. Äh, Titan schätzt dich, Daniel. Na und? Lassen doch. Ist sowieso ein Auto-Titan. So, dann pflanze ich mich mal in meinen Tau. Auto-Titan ist doch voll lame. Musst dich reinsetzen und wirklich richtig machen. Ich dachte, das ist geil an dem Spiel, Junge. Dinger setzen und dann loslegen. Nee, macht das so sehr viel Spaß. Ich mach's auch Auto-Titan. Auf dem Nap bin ich nie im Titan. Ist so. Hier ist effektiver. Ich mag's hier nicht, in den Titan rumzulaufen. Und hier ist es auf jeden Fall effektiver, wenn man einfach so rumläuft. Level neu. Danke für den Stil. Da ist ein Titan. Ich glaube, auf Titan ist drauf, Alter. Alter, mein Titan wird angegriffen, bitte helft mir mal. Ja. Loll, da sind zwei Stück. Komm unterwegs. In your face, bitch. Ja, da sind wir gerade nach. Ja, da sind gerade einer am Besiegen schon wieder. Komm schon. einer ist gerade explodiert von irgendeinem anzeiten explodiert naja ich kann hier auch gerade nicht so schlecht hab schon 29 minions getötet nicht minions oder ist nicht so wenn jetzt gerade wenn ich irgendwo da ja ich wurde gerade mit der Autopistil weggenubt ok das war noch ein richtiger nee sag bloß es ist ein meiner verdammt was ich geschafft auf den drauf unser team verliert gewinnt gerade ich wollte gerade schon sagen rufen jetzt ist wieder gerrit von mir acht loten gekillt nice ich habe gerade mal eingekillt Daniel pass auf der hat mich tot getrampelt gibt es doch nicht bringe ihn auf die alter oh schon wieder tot der hat immer hier kurz Hilfe gebraucht was diese warte ich habe jetzt meinen titan ich komme vorbeigestopft kein Problem ich 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 suicide mich da vorne bist du und ich habe ja die New York meinem titan mit alter ich würde noch gut schaden machen und ich habe zwei titans gedoomt ha 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 alles wichser hat er sich gerade unsichtbar gemacht und schiebchen ab oh da starb nicht raus sonst jeder titan mich nein ich habe den getötet ach so dann war es jemand anders der geklopft war lol da klappt mir echt jemand den er ist ein titan naja ich hab's aufgeregt dass das ein titan ist Mist ne ich bin tot ich guck mal den panda zu ist das dir da müsste panda darstellen ne jetzt ist hier nur mir nichts scheiße ah ich habe den titan zerstört mach mal das schiff kaputt kann ich nicht einfach drauf ballern ja ich glaube alleine kriegst du das nicht hin ne zwei titan drauf und dafür besonders weil der eine typ mit seinem scheiß Sturmgewehr drauf schießt schade einer ist weggekommen jo ne zwei sind weggekommen wenigstens gewonnen 21 und thomas hat sich selber umgebracht ja guck auf meine kd an alter 2038 ich hab sechs titan getötet ich hab zwei piloten ich hab zwei titan getötet ich hab mich nicht so auf titan konzentriert ich bin eigentlich nicht 5400 Punkte ich hab drei treten so es war schon wieder mit der runde und Das schaffen wir, Leute.